Karriere Start mit Perspektive bei Haberbeton Als Familienunternehmen stehen wir seit mehr als 100 Jahren mit unserem Namen für die Qualität unserer Produkte ein. Mit viel Ehrgeiz und Engagement haben wir uns zu einem der Marktführer für Rohre und Schachtsysteme aus Beton in Europa entwickelt. Rund 400 Mitarbeiter an 10 Standorten arbeiten für den Erfolg von Haberbeton und 18 davon sind Azubis. Bei der Ausbildung bei Haberbeton dreht sich alles um die Praxis. Wir arbeiten an ganz konkreten Projekten wie Baugebieten in der Region oder dem Münchner Flughafen. Haberbeton kennt man bei uns als gutes Unternehmen mit sicheren Jobs. Wir lernen hier handwerklich echt gute Arbeit. Die Kollegen sind super. Man spürt einfach, dass Haberbeton ein Familienunternehmen ist. Jeder identifiziert sich mit der Firma. Und das beginnt schon bei den Haberazubis. Egal wer welche Ausbildung macht, man trifft sich regelmäßig. Die Haberazubis halten zusammen. Werde Teil unserer Nachwuchsmannschaft. Wir suchen dich als Verfahrensmechaniker, Konstruktionsmechaniker, Kfz-Mechatroniker, Berufskraftfahrer, Industriekauffrau oder Informatiker. Bewirb dich jetzt per E-Mail an bewerbung-at-haberbeton.de Wir suchen dich als Verfahrensmechaniker, Kfz-Mechatronik, 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 Kfz-Mechatronik. Kfz-Mechatronik, 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 K